Das Thema Rock, Popmusik im Musikunterricht rückte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend in den Mittelpunkt. Die Lehrpläne und Inhalte des an klassischen Werken oder musischen Ausdrucks orientierten Unterrichts standen in immer krasserem Gegensatz zur musikalischen Freizeit- und Alltagserfahrung der Schüler und Schülerinnen. So entbrannten heftige Diskussionen über den richtigen didaktischen Umgang mit der sogenannten U-Musik. Sollte man sie gerade heraus ignorieren? Den Schülerinnen klar machen, wie schädlich sie für ihre Entwicklung sein könnte? Das kann man heute, wo in jedem Schulbuch Popsongs stehen, wo alle Zeitschriften etc. wie selbstverständlich Liedsheets enthalten und man an etlichen Stellen Lehramt mit Schwerpunkt im populären Bereich studieren kann, nur noch schwer vorstellen. Heute ist das Verhältnis von Musiklehrkräften zur populären Musik zumindest mal entspannt, würde ich sagen, sodass auch das Bedürfnis und die Notwendigkeit, sich damit theoretisch in der Musikdidaktik auseinanderzusetzen, nicht mehr so groß erscheint. Diese Entwicklung kam aber nicht über Nacht, sondern über vorsichtige Fort- und Rückschritte inklusive Berührungsängsten, Unverständnis und Widerständen. Aber auch gestützt durch leidenschaftliche Vorreiter und Wegbegleiter, die sich für die Sache der Pop-Rock-Musik einsetzten. Ich möchte in diesem Video einmal zurück zu den Anfängen der didaktischen Auseinandersetzung gehen und ein paar der Stationen beleuchten, die die unterrichtliche Behandlung von Pop-Rock-Musik durchlaufen hat. Eine eigentliche Konzeption per se ist dabei gar nicht dabei, auch wenn sich einige der Prinzipien durchaus auch für andere Unterrichtsinhalte übertragen lassen. Beginnen wir also mit einem Buch von 1975, Dörte Wichel, Didaktik und Methodik der Pop-Musik. Eine kleine Seitenbemerkung sei mir noch erlaubt. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle wie an vielen anderen auch ein Bild der Autorin nebst ein bis zwei Sätzen zu ihrer Biografie sagen. Leider war es mir nicht möglich, über zwei beiläufige Nebensätze hinaus irgendetwas zu ihrem Leben und Wirken im Internet zu finden. Das finde ich schon erstaunlich, vor allem weil sie durchaus häufig mit ihren verschiedenen Büchern zitiert wird. Ich frage mich, wie es zu so einer Leerstelle kommen kann. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass sie eine Frau ist? Oder dass sie nicht über die richtigen Netzwerke verfügte? Zurück zum Thema. Wichel hatte einige Jahre zuvor schon ein anderes Buch veröffentlicht, in dem sie die Ergebnisse einer empirischen Studie mit über 4000 Schülerinnen und Schülern an verschiedenen Schulen vorgestellt hatte. Dies war eine Studie, die man der musikpsychologischen Präferenzforschung zuordnen kann, die in der Zeit großen Raum einnahm. Einige der Ergebnisse greift sie für dieses zweite Buch heraus, kombiniert sie mit Erfahrungen aus ihrer eigenen Arbeit in der Schule und mit Analysen von einzelnen Musikstücken und versucht damit, eine Zusammenstellung von Methoden für den Musikunterricht zu entwickeln. Wichel selbst beschreibt im Vorwort, dass sie das Buch geschrieben hat aus ihrem eigenen Unbehagen mit dem Lehrplan, während sie an einer Berliner Gesamtschule unterrichtete. Weder Lehrplan noch Lehrerausbildung enthielten nämlich 1975 Anteile populärer Musik, selbst wenn in der Praxis und in der Lehrerfortbildung immer mehr Angebote entwickelt wurden. Die Definition von Popmusik, wie sie Wichel vornimmt, ist dabei nicht unwidersprochen. Sie umfasst nämlich Stile, die vom deutschen Schlager bis hin zu Rockmusik reichen und einige nachfolgende Autorinnen haben sie für diese ungenaue Definition später kritisiert. Im ersten Schritt versucht Wichel zu begründen, warum Schlager und Pop so beliebt bei der Jugend sind. Sie sagt unter anderem, das Bedürfnis nach lauter Musik sei Symptom eines grundlegenden Bedürfnisses großer Teile der jugendlichen Konsumentenschaft, des Bedürfnisses zur zeitweiligen kognitiven Auslöschung. Den Schlager findet sie deswegen gefährlich, weil er ein Stimulanz zu Tagträumen sentimental-assoziativer Art ist. Und wenn man das als Lehrkraft feststellt, muss man es eigentlich aus dem erzieherischen Auftrag heraus unterrichten, um Eskapismus und Regressionsbedürfnis zu thematisieren. Sie stellt es in den Kontext der Industriegesellschaft und verknüpft es mit Zigaretten, Alkohol und Drogenkonsum, also dem Bedürfnis nach Stimulation, Entgrenzung und Rausch. Warum die Popmusik bei der jungen Generation so unwidersprochen gut ankommt, begründet sie an verschiedenen Stellen. Es ist über die Wirkungen von Musik zu informieren und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass, ausgelöst durch die musikalischen Sozialisationsprozesse im Elternhaus, bei den meisten Jugendlichen eine unbeschreibliche Armut an Information über weitere Funktionen von Musik, wie über weitere mögliche Gattungen und Niveaus vorliegt. Allen Kindern ist nachweislich Musik vom ersten Lebenstag an in ihrer Unterhaltungsfunktion verfügbar. Gattungen, die unterhalten, zerstreuen und bei der Arbeit stimulieren, kennen sie alle. Unbekannt, trotz einer Fülle von technischen Möglichkeiten auch andere Musik für sich zu erobern, ist jedoch das Werk, in seiner Funktion intellektuelle Prozesse auszulösen, Grundaffekte wie Trauer und Verzweiflung oder Grundtatsachen wie Ordnung oder Harmonie, Chaos oder Verstummen abzubilden. Oder an anderer Stelle, wer den Gründen weiter nachzugehen sucht, wird auf Erlebnishunger treffen, bei gleichzeitiger Unfähigkeit unter normalen Bedingungen Erlebnisse zu erfahren. Dies ist kaum den Betroffenen anzulasten, sondern erklärt sich vermutlich daher, dass bei den allermeisten in der frühen Kindheit der Wahrnehmungsapparat ungenügend sensibilisiert bzw. durch Reizüberflutung abgestumpft worden ist. Kontaktarmut und Unfähigkeit bei gleichzeitig überwältigend großem Bedürfnis nach Community und der Autosuggestion, solche Musik vermittle sie, ist ein weiterer Grund. Allgemeine Lebensunsicherheit und Ziellosigkeit sowie der Wunsch, dieser Situation wenigstens auf Stunden zu entfliehen, sind wahrscheinlich unter allen Gründen die bewegendsten. In der Unterscheidung zwischen den Stilen Beat, Pop, Underground und Schlager ist für Wichel der Schlager die unterste Kategorie der Musik. Es ist schon an manchen Stellen schockierend nachzulesen, zu welchen Schlüssen sie damals kamen, wenn es um die Begründungen für die unterschiedlichen Vorlieben der Schüler und Schülerinnen ging. Neben dem Alter, je jünger, desto eher hören sie Schlager, führt sie nämlich noch äußerst kulturkonservative und fragwürdige Gründe an, die damals vielleicht logisch erschienen, die wir heute aber doch getrost als nicht zutreffend bezeichnen können. Zum einen bringt sie die traditioneller orientierten Modelle in der Gestaltung des familiären Lebens auf dem Land mit einer günstigeren Musikpräferenz in Zusammenhang. Soll heißen, auf dem Land lassen sich weniger Ehepaare scheiden, darum wachsen die Kinder in behüteten Familien auf und das wiederum führt dazu, dass sie weniger vor der Realität in das Schlagerhören flüchten müssen. Außerdem stellt sie fest, dass Radiohören typisch ist für die unteren sozialen Schichten, da keinerlei Schwellenängste und Sprachbarrieren bestehen würden. Sie kommt dann zu dem Schluss, dass sich das Schlagerhören an Gymnasien und Gesamtschulen von selbst erledigt durch intellektuelle Förderung und Reifung der Schülerinnen. Die Behandlung der Umweltmusik, wie sie selbst an manchen Stellen sagt, sollte aus all diesen Gründen kompensatorisch, also ausgleichend angelegt sein, weil die sozial schwachen Schülerinnen und Schüler die meiste Unterstützung benötigen. Schlagermusik soll unterrichtet werden, damit ein Kategoriensystem zur Interpretation zur Hand gegeben wird, vermittels dessen sie sich kritisch mit Schlagern auseinandersetzen können. Die Doppelmoral in diesem Anspruch wird schnell klar. Man sollte die Menschen aus der Träumerei zur Wahrheit führen, sodass sie dann selbst aus freien Stücken auf das Schlagerhören verzichten. Überhaupt wird im Verlauf des Buches klar, dass der Schlager an sich den geringsten musikalischen Stellenwert in Wichels Wertehierarchie innehat, während sie anderen Formen der Popmusik durchaus auch wertvolle soziale bzw. in Teilen sogar musikalische Bestandteile zuspricht. Die Funktionen der Popmusik umfassen denn auch verschiedene Aspekte? Intellektuelles Spiel, Transportmittel für Text, Nachrichtenübermittlung, Communitybildung, Demonstrationsmittel für Protest, Bewegungsstimulanz, sentimental-assoziative Tagträume, Flucht- und Rauschmittel. Welche Ziele und Strategien sollte dann also die Behandlung von Popmusik im Musikunterricht verfolgen? Relativierung und Distanzerzeugung durch Information und Reflexion sowie Hinführen zu einem selbst- und nicht außengesteuerten Konsum. Die verschiedenen Lernziele anhand von Popmusik bei Wichel kann man so zusammenfassen. Die Schülerinnen sollen anhand von Popmusik Diskriminationsfähigkeit üben, Wirkungen erkennen, Stile erkennen, Funktionen bewusst machen, eine begründete Werthierarchie erstellen, Texte als Ausdruck der Probleme der Zeit begreifen, Identifikationsanreize erkennen und kritisch werten, Hörformen erkennen, akzeptieren und anpassen, ökonomische Faktoren von Pop-Schlager durchschauen. Als Strategie schlägt sie vor, einen Weg von außen nach innen vorzunehmen, also beim Text zu beginnen, Funktionen, Hörgewohnheiten, Identifikationsanreize zu thematisieren. Dann sollen auch die Aufnahme und das Arrangement zur Sprache kommen, zum Schluss erst die Musik selbst. Sie gibt an, dass Schülerinnen sonst unlustig sind, die eigene Musik zu thematisieren und sogar eine Abneigung gegen Fachvokabular entwickeln. Im nächsten Abschnitt bespricht Wichel dann sehr ausführlich die verschiedenen methodischen Herangehensweisen. Da geht es viel um Textbehandlung und Analyse, auch um Aufnahmetechniken, um grafische Darstellungen der Musik, um Verbalisierungstechniken von Gefühlen, die die Musik auslösen kann, bis hin zu kreativen Verfahren. Diese sind allerdings nur in wenigen Bereichen wirklich kreativ, hauptsächlich geht es um Text- oder Bildproduktion und kleine empirische Versuche, die die Schülerinnen selbst durchführen sollen. Vor einem tatsächlich praktisch produzierenden Umgang mit Popmusik warnt Wichel dagegen ausdrücklich. Am Schlager in irgendeiner Weise Arbeit zu seiner naiven Rekonstruktion oder Neuschöpfung zu leisten, halte ich für ausgesprochen gefährlich. Ich bin mir der Einseitigkeit dieser Position durchaus bewusst, will daher versuchen, sie zu begründen. Nach meiner Meinung ist nicht auszuschließen, dass das, woran man in irgendeiner Weise einmal positive Arbeit im Leben geleistet hat, einem ans Herz wächst. Deshalb empfiehlt es sich bei aktiver Arbeit an Schlagern oder Popmusik grundsätzlich die arglose Reproduktion oder den Neuvollzug von parodierenden Verfahren zu unterscheiden. Der Schlager sollte, wenn schon kreativ an ihm gearbeitet werden soll, ausschließlich letzteren unterworfen werden. Das heißt auf gut Deutsch, Schlager oder Popmusik einfach nur spielen um des Musizierens willen, das sollte man tunlichst unterlassen. Es könnte dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler Spaß und Freude daran hätten und damit die Präferenz für problematische Musikstile erhalten bliebe. Musik machen mit populärer Musik ist nur dann erlaubt, wenn man sich ironisch damit beschäftigt, also die schlechte Machart, Einfalt und Verführung in der Musik in den Mittelpunkt stellt. Schlager und Pop sollen zur Kompensation mangelnder musikalische Erfahrungen im Unterricht behandelt werden, mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler letztendlich von ihrer Minderwertigkeit überzeugt werden und sich besseren Musikstilen, die höher in der Werthierarchie der Musik stehen, zuwenden. Wenn man das so hört, dann wird einem wirklich klar, wie viel Zeit seitdem vergangen ist. Ich glaube, wir können beruhigend feststellen, dass die Zivilisation noch nicht untergegangen ist, weil Menschen in die Popmusik geflüchtet sind. Außerdem ist heute sehr deutlich, dass die Lust am Hören und Tanzen von Popmusik kein reines Jugendphänomen ist, sondern sich durch alle Altersstufen und durch alle soziokulturellen Milieus hindurchzieht. Ein solcher defizitorientierter Blick auf populäre Musikstile wie bei Wichel noch deutlich wird, ist fast 50 Jahre später nicht mehr üblich. Zum Glück. Nur ein paar Jahre später, 1982, ist das Buch von Volker Schütz, Rockmusik, eine Herausforderung für Schüler und Lehrer, erschienen. Wie man schon am Titel erkennt, hat sich Schütz bewusst für eine Einschränkung auf einen Stil populärer Musik entschieden. Er differenziert den weiten Begriff von Popmusik von Wichel und entscheidet sich aus ganz bestimmten Gründen für Rockmusik. Nicht zuletzt auch, weil er selbst als Rockmusiker aktive Erfahrungen gesammelt hatte. Ziel seines Buches sieht er darin, Funktionen und Leistungen populärer Musik, insbesondere der Rockmusik, im Zusammenhang der sie hervortreibenden gesellschaftlichen Bedingungen und der daraus erwachsenen Bedürfnisstrukturen ihrer Musiker und Hörer zu erklären. Grundsätzlich weist Schütz zunächst auf die schwierige Situation im Musikunterricht hin, indem die Behandlung populärer Musik immer noch nicht angemessen stattfindet. Wie er die Lage einschätzt, können Sie im Bonusvideo nachhören. Im ersten Teil der Arbeit setzt Schütz sich mit Erkenntnissen zur Rockmusik der Nachbarwissenschaften Musiksoziologie, Musikwissenschaft, Jugendsoziologie etc. auseinander. Im zweiten Teil steht eine kritische Auseinandersetzung mit Voraussetzungen für einen rockmusikbezogenen Musikunterricht und mit bisherigen Didaktiken im Mittelpunkt. Zu Beginn zeichnet Schütz das seiner Meinung nach immer noch vorherrschende, aber falsche, dichotome Kulturverständnis im Zusammenhang mit populärer Musik nach. Er tut dies mit so klaren Worten, dass er am besten selbst an dieser Stelle zu Wort kommen soll. Kunstmusik war die Musik der Gebildeten, der Elite, wurde zur Kultur der Herrschenden. Die große Masse der Bevölkerung hatte aufgrund ihres niedrigen Bildungsstandes zu ihr keinen Zugang, ihr genügte die sogenannte populäre, die triviale Musik. Die Tatsache, dass in beiden Bereichen qualitativ Gutes und Schlechtes nebeneinander liegen, wurde übersehen. Ist jedoch ein Hinweis auf die Unbrauchbarkeit dieser wertenden Begriffe. Ein kulturelles Oben-Unten-Denken ist für unsere Zwecke einer näheren Eingrenzung des Gegenstandsbereiches Rockmusik unbrauchbar. Es bewirkt eine Polarisierung von Kunstwerk und populärer Musik oder auf einer anderen Ebene eine von Rockmusik und Schlager, die einer Analyse der Sache im Wege steht, indem sie etwas Wesentliches unterschlägt. Ein wertender Vergleich der verwendeten musikalischen Mittel bzw. der Verarbeitungsweisen dieser Mittel in den verschiedenen musikalischen Erscheinungsformen ist nicht sinnvoll, weil dabei lediglich herauskommt, dass in je unterschiedlichen historisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen auch unterschiedliche musikalische Mittel zur Gestaltung musikalischen Ausdrucks herangezogen wurden. Hinzu kamen noch jeweils schichtspezifische Varianten. Außerdem arbeitet Schütz einen zentralen Aspekt von Musik heraus, was heute fast trivial wirkt, meiner Meinung nach aber eine ganz entscheidende Sache ist. Die gesellschaftliche Eingebundenheit und Bedingtheit von Musik. Jede Musik ist auch als eine Reaktion auf gesellschaftliche Bedingungen und Zustände zu verstehen. Und der soziale Charakter der Kunst sollte nicht gegenüber der Alleinstellung eines Kunstwerks unterschätzt werden. Bereits das Auswählen bestimmter Musik ist dabei schon ein aktiver und produktiver Akt. Auch hier wieder zum Nachhören das Originalzitat als Bonustrack. Im nächsten Abschnitt arbeitet der Autor dann die wesentlichen Merkmale der Rockmusik in verschiedenen Zeitabschnitten heraus und stellt auch Verbindungen zur gesellschaftlichen Entwicklung her. Dies ist weniger direkt als eine didaktische Analyse zu lesen, sondern in diesem und im nächsten Abschnitt geht es vielmehr um eine Sachanalyse der Gesamtsituation rund um die Rockmusik als Stil und Bewegung. Stellvertretend soll an dieser Stelle nur eine Passage als Bonus nachzuhören sein. Schütz arbeitet verschiedene Funktionen der Rockmusik im Leben der Jugendlichen heraus, die von Ablenkung und Zerstreuung bis hin zu Kompensation oder Regeneration reichten. Er stellt besonders heraus, dass durch Rockmusik die aktive musikalische Betätigung stark zunahm, da viele Jugendliche sie nicht nur hörten, sondern auch selbst anfingen zu musizieren. Er fordert außerdem eine differenzierte Betrachtung der Jugendzeit, die abhängig ist von der Stellung im Arbeitsprozess, der Schichtzugehörigkeit, der Verfügbarkeit und dem Vorhandensein von Mitteln und der Bedeutung von Freizeit sowie natürlich auch den Einflüssen von Peers, Familien, Schule etc. sowie der Medien. Daher kann man nicht von einer übergreifenden Bedeutung der Jugend sprechen, sondern muss im Einzelfall die Zusammenhänge in der Entstehung bestimmter Sub- und gegenkultureller Entwicklungen anschauen. Im nächsten Abschnitt verweist Schütz auf die verschiedenen Ausdrucksformen der Rockmusik. Er unterscheidet zwischen den Textinhalten und ihren beabsichtigten Wirkungen, den musikalischen Erscheinungsformen, unterteilt in stimmliche Aspekte, Rhythmik, Harmonik, Melodik und Instrumentation, sowie den verschiedenen Präsentationsformen als Livekonzerten versus Platten und anderen Medien. In diesem Kapitel finden Sie viele spannende und detaillierte Analysen und ich ermuntere Sie, das einmal im Original nachzulesen. Für uns sind diese Teile aber nicht ganz so wesentlich, da sie eben keine direkte didaktische Anbindung oder Folgerung ermöglichen. Die findet dann erst im nächsten Kapitel statt, in dem er einige Grundfragen stellt. Muss Rockmusik überhaupt in der Schule behandelt werden? Kann man die Zusammenhänge überhaupt sinnvoll vermitteln? Und sollte man das überhaupt im Musikunterricht, wenn es doch dem Kanon des Faches eigentlich entgegensteht? Dann versucht er genau dies nachzuweisen und für Rockmusik in der Schule zu argumentieren. Diese Musik erfordert aufgrund ihrer Genese und der daraus erwachsenen produktiven und rezeptiven Umgangsweisen bestimmter Musiker und Hörer andere Formen einer möglichen unterrichtlichen Auseinandersetzung als andere musikalische Genres, die, wie beispielsweise die klassische Musik oder das Volkslied, nur in Ausnahmefällen bei Schülern eine ähnliche existenzielle Bedeutung erlangen und vergleichbare Funktionen im Rahmen der von jedem Jugendlichen neu zu bewältigenden Sozialisationsaufgaben in den Phasen der Pubertät und der Adoleszenz erfüllen können. Auch wenn es aus seiner Sicht keinen allgemeinen theoretischen Konsens hinsichtlich der Inhalte im Musikunterricht gibt, haben die Schülerinnen seiner Meinung nach in den letzten 15 Jahren eindrücklich und unablässig eingefordert, dass man sich mit ihrer Musik auch im Unterricht beschäftigt. Daher wird es auf den letzten 30 Seiten dann noch einmal didaktisch. Erst stellt Schütz die drei bisherigen didaktischen Konzepte im Umgang mit Rockmusik auf den Prüfstand und entwickelt daraus im Anschluss eigene Thesen. Bei den früheren Konzepten handelt es sich erstens um die Herangehensweise im Rahmen der musischen Erziehung, die er beschreibt als Diskriminierung aller jugendeigenen musikbezogenen Aktivitäten im Bereich populärer Musik, gleichzeitig Verschärfung der Gegensätze von Musikunterricht und Freizeit. Die zweite Herangehensweise hat eigentlich zwei verschiedene Wege zur Rockmusik. Zunächst einmal diejenige, über populäre Musik zur Kunstmusik zu gelangen. Wie er es ausdrückt, wurde die Hereinnahme in den Musikunterricht letztlich zu einem taktischen Mittel, welches die Schüler zur Übernahme der didaktischen Ziele jener Zeit führen sollte. Der zweite Weg von populärer Musik als Mittel zum Zweck führt über Jazz zur Kunstmusik, mithilfe reproduzierenden und improvisierenden Umgangs mit Jazz-eigenen Grundelementen. Allerdings stand auch hier letztendlich eine Ablehnung der populären Musik im Hintergrund, nämlich die Jazz-Begeisterung zu reduzieren. Die dritte Herangehensweise beschreibt Schütz als nach 1968 sozialwissenschaftlich abgeleitete Ansätze. Darunter solche, die Theorien entwickeln wollten, solche auf Basis empirischer Studien und Unterrichtswerke Materialien für den Unterricht. Er zeigt hier anhand vieler Zitate von früheren Autoren, welche verschiedenen Grundannahmen zugrunde lagen. Auch über Wichel äußert er sich in diesem Abschnitt deutlich und auch kritisch. In seinen Augen ist es den Autorinnen bisher nicht gelungen, sich von bestimmten Fehlannahmen wirklich zu befreien. Zum Beispiel von der Kunstwerkorientierung oder von der Geringschätzung der sozialen Komponente der populären Musik. Ziel blieb es letztlich immer, über den Umgang mit populärer Musik von ihr weg den Weg zu anderen musikalischen Stilen zu finden, die als wertvoller eingestuft wurden. Sie finden dazu einen Bonustrack. Außerdem hören Sie eine ganz tolle Zusammenfassung durch Schütz selbst, in der er noch einmal die soziale Komponente des Musizierens und der Musik zum Ausdruck bringt. Auf einer ganz allgemeinen Ebene kann man resümierend feststellen, dass vielen Musikdidaktikern durch den ausschließlichen Bezug auf Kunstmusik das Bewusstsein davon verloren gegangen oder überhaupt nicht gekommen war, dass Musik immer von Menschen für Menschen gemacht wurde und weiterhin gemacht wird. Und dass sie aus Ausdrucksbedürfnissen heraus entsteht, die so lange bereits existieren dürften, wie Menschen als soziale Wesen sich mit innerer wie äußerer Natur auseinandersetzten. Musikalischer Ausdruck war und ist also nicht etwa eine Sache genialischer Menschen einer begrenzten historischen Epoche, sondern eine Möglichkeit, von der Menschen zu allen Zeiten und in allen erdenklichen Zusammenhängen Gebrauch gemacht haben und weiterhin machen werden. Diese zutiefst menschliche Ausdrucksform sollte folglich nicht nur jedem Menschen ohne Einschränkung und Zensur zugestanden werden, sondern in jeder möglichen Weise gefördert werden. Mit dem Verlust dieses Bewusstseins wurde ein verstehendes Eindringen in kulturelle Phänomene wie Volksmusik oder ethnische Musiktraditionen, aber auch in die sogenannten populären Musikgenres weitgehend erschwert. Aus dieser Analyse kommt Schütz letztendlich zu zwei Prämissen. Erstens, das Schulfach Musik kann entscheidende musikbezogene Lernimpulse vermitteln, wenn es den Unterrichtenden gelingt, subjektive und objektive Interessen der Schüler, soweit sie in Erfahrung gebracht werden können, stärker als bisher und begründet in den Unterricht einzubeziehen. Dies gilt vor allem, wenn Schülerinnen und Schüler sich ernst genommen fühlen und nicht den Eindruck haben, als wolle man ihnen ihre Musik streitig machen. Zweitens, Rockmusik ist besonders geeignet, als Inhalt und Methode von Musikunterricht zu dienen. Einerseits sollen im Unterricht Erkenntnisse und Daten über die Sache vermittelt werden, andererseits empfiehlt sich Rockmusik als methodisches Mittel zur Erhellung wesentlicher Dimensionen musikalischer Erfahrung. Der von körperlich-motorischen oder rhythmisch-periodischen Spannungsverläufen, der von bewusst gestalteter Wirkung von Musik oder der von Ausdrucksgestaltung eigener Empfindungen und Gefühle durch Musik. Die inhaltlichen Anforderungen an den Musikunterricht schützt dann darin, zum einen ein verstehendes Eindringen in die Formen und Entwicklungen der Rockmusik und zum anderen um einen reproduzierenden und transponierenden Umgang mit Rockmusik zu ermöglichen. Wichtig ist ihm dabei, dass die Schülerinnen nicht nur praktisch Rockmusik spielen und erfahren, sondern auch Gelegenheit haben, in der Anleitung durch die Lehrpersonen darüber zu reflektieren. Zum Schluss des Buches stellt Schütz noch sieben didaktische Hypothesen zur Behandlung von Rockmusik im Musikunterricht auf, in denen er nochmals die Chancen betont, die in der aktiven musikpraktischen Auseinandersetzung mit Rockmusik liegen, zumal er feststellt, dass Schüler und Schülerinnen ja bereits mit vielfältigen musikalischen Fähigkeiten in die Schule kommen. Dem Musizieren schreibt er auch deswegen ein so hohes Gewicht zu, weil erst die eigene körperliche Erfahrung es aus seiner Sicht ermöglicht, die Wirkungen zu erfahren und entsprechend im Anschluss auch zu hinterfragen. Dies bedarf aber selbstverständlich einer Lehrkraft, die gewisse Fähigkeiten in der Produktion von Rockmusik besitzt und noch viel wichtiger, die Bereitschaft hatte, sich auf die Musik und ihre gesellschaftlichen Bedingungen einzulassen. Der schönste Satz zur Zusammenfassung von Schütz ansinnen, ist aus meiner Sicht dieser. Dem allerorten feststellbaren Bedürfnis nach musikalisch-künstlerischem Ausdruck, vor allem unter heranwachsenden jüngeren Menschen, sollte die Schule so intensiv wie möglich entgegenkommen. Damit haben wir zwei frühe Stationen der Rockmusik soweit abgeschlossen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Behandlung von Rockmusik in der Folge immer weiter verselbstständigt. Heute würde wohl kaum jemand in Frage stellen, ob man überhaupt auf aktuelle Musik im Unterricht eingehen sollte. Aber eine feststehende Didaktik der populären Musik wird zumindest von Jürgen Terhaag 1994 im Vorwort zum ersten Band der Reihe populäre Musik und Pädagogik mit guter Begründung abgelehnt. Natürlich klingt das gleich nach betonierter Aktualität und methodischem Klischee. Wie soll sich eine lebendige aktuelle Musik unterrichten lassen? Gerade deswegen liegt der Grundsatz einer Didaktik der populären Musik in ihrer Vermeidung. Dieses absurde Spannungsverhältnis ist für die Didaktik populärer Musik ebenso lebenswichtig wie der nicht definierbare und damit offene Begriff populäre Musik. Diese Spannung ist eine Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit einer Didaktik populärer Musik. Die Vermittlung populärer Musik setzt eine fortwährende Analyse von sich wandelndem musikalischen Material vor dem Hintergrund methodischer, technischer und menschlicher Fragen voraus. Terhaag stellt in verschiedenen Beiträgen in dem Konferenzbuch spannende Themen heraus. Unter anderem betont er noch einmal eine Besonderheit der populären Musik, nämlich ihre oralen Traditionen und damit die Losgelöstheit von der traditionellen Notenschrift. Stattdessen geht es in der Vermittlung von populärer Musik um Körperlichkeit, um Spielen nach Gehör, um Feeling, um Groove und um Improvisation. Zum Schluss möchte ich nur noch kurz auf eine weitere spannende Beobachtung eingehen, von der Terhaag schreibt. Er hatte von rockmusikalisch erfahrenen Lehrpersonen eine Meinung zum damals aufstrebenden Techno eingeholt und berichtet, wie geschockt er von den anonymen Kommentaren war, die man in etlichen Auszügen auch im Artikel nachlesen kann. Die vermeintlich gegenüber populärer Musik aufgeschlossenen Pädagoginnen äußerten sich massiv kritisch und abwertend über Techno, was Terhaag nachdenklich stimmt. Er kommt zu dem Schluss, dass sich die Generationen letztendlich wohl nur schwerlich von ihren eigenen Erfahrungen und Vorurteilen befreien können und es neue populäre Musik vielleicht immer gegenüber der älteren Generation schwer haben wird. Mit einem kurzen Zitat aus dem Aufsatz soll dann auch das Video enden. Im nächsten geht es dann um interkulturelle Musikpädagogik. Eigentlich passt das auch inhaltlich gut zusammen, ist doch auch in der interkulturellen Musikpädagogik die Auseinandersetzung mit fremden Musikstilen ein zentrales Thema. Inzwischen ist festzustellen, dass sowohl Jugendliche als auch Erwachsene stets dafür sorgen, dass ihre Musik auch weiterhin nur ihnen gehört. Zu wissen, was eigentlich dieses Besitzergefühl ausmacht, scheint dabei weniger entscheidend zu sein als die stillschweigende Übereinkunft in der Art einer sozialen Konvention. Dies ist unsere Musik. Hier spielt unter anderem die Generationszugehörigkeit eine Rolle. Erwachsene haben in ihrer Jugend anders gedacht und gefühlt als heutige Jugendliche, weswegen sie die eigenen jugendkulturellen Erfahrungen nur bedingt auf nachfolgende Jugendgenerationen übertragen können. Eltern, Pädagogen und Jugendforscher werden nicht nur Techno, sondern vor allem auch in der Beurteilung generationstypischer Identifikationsmuster ständig hinterherhinken. Nachdem, die Mühle congestet wurden, die Mühle, die Mühle, die Mühle und die Mühle installieren. 1. um